Hallo Oh, das geht nicht so verwirrend, ey Scheiße, Aquarium Aquarium? Ja, mit diesem komischen Skin-Star hier für OSPs und Wände, wo das Aquarium ist Ja, ne, da hab ich auch keine Waffen mehr Hier, hier Hier ist ne Viperwand, Viperwand und die Schießbecken alles kaputt Geht da oben Hallo Noch Steps hier Willkommen zu einem neuen Part Velary Na, der sieht ne rechte Ecke Oh Hinter euch, hinter euch, hinter euch Im Tunnel oben Hast du das ganze Eck schon verpasst? Gehst du Gehst, heil mich Thank you Gut Fuck, das ist Ein Gegner übrig Letzte, die Jett ist hinter euch Unten CT Sehr schön Weggeklatscht, habt ihr die, so Ich bin ganz zappelig, fangen wir an Oh, ich auch Oh, jetzt geht's wieder mit der Marschall los hier Oh nein Oh nein, die Flashbräcke Ich bin so, es hat doch super funktioniert Full Force, okay Hat zwar alles so 15 Schüsse gedauert, aber Das mache ich Ich mache wieder das Kräfte Töten Töten Gebt alles Geschützturm steht Mitte, Mitte ist B Mitte Oben war auch einer Die pushen alle Richtung Heaven Oh ja Gegner in der Mitte Spike in B Zwei noch, du ichst damit Gegner bei B Noch einer Ein Gegner übrig Der letzte ist hier, Wand Hier Immer noch Hinten, über CT läuft die weg Ich glaube das ist Spike, oder? Ja Nee, Spike nicht hier Ah Kommt helfen Haben die Waffen, haben die Waffen, haben die Waffen Nein Nicht gut Scheiße, wobei ist gut Dann können wir neue kaufen Wenn ein Glied bricht, wird der Rest folgen Ja Ich brauche Beute Angefragt, okay Geschützturm steht Oh ne, jetzt sind wir wieder bei Window, ey Ähm, ja die pushen glaube ich bei mir, ja die pushen bei mir Viele Gegner bei B Ich kann Flächen da hinten Naja Oh shit Spike platziert Wir gehen auf einmal sehr sehr schnell Hinten bei da Ich bin der Chemie 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 Komm schon Was ist denn los? Da hinten Oh man ist low Vorsicht Ah fuck Letzter Leben der Verbündeter Befriedigung Fuck What? Ich stehe da auch Jetzt hat die Jetwad sowieso Hinten irgendwo Wir haben so lange gesandtet Wollen wir noch kaufen? Kann ich was lustiges machen dann, ja Ich spare noch Nee, lass ich sparen oder? Oh nöö Kommt, wir machen noch an der nicht mal haben Kommt, komm, wir kaufen Du weisst, dass das Ranked ist? Du weisst, dass das eine Bucky ist? Ja Das Ding ist machen, der weisst, was er tut Ah, der Full-Fast, der tut jetzt. Oh Mann, oh, aber die wollen nicht. Wollen wir zu dir? Dann hole ich. Ja, komm. Ich guck mal, schon mit der Augen. Boah. Okay. Die sind aber immer noch... ...Mitte und nur bei Verwandern. Ja, das ist bei der Mitte. Klingt, als wären die close bei dir, Flo. Ja, die kommen Mitte. Zu B hin. Nicht, der T kommt. Spike platziert. Ich heile dich. Oh. Gegner bei B geschichte. Hier. Viele Gegner bei B. Letzter Leben der Verbündeter. Wann was runterladen? Wankt nicht. Wir sind Valorant. Wir sind Kemper. Ich spare noch. Ja, wir haben eben nicht ge-eco'd. Wir haben ge-eco'd. Wir haben ge-forced. Hä? Nein, klar. Hätte ich das mal gewusst. Doch. Der Random hat doch Full-Forced gemacht. Ich spare noch. Ja, das war mir schon weit so dumm. Ich kann die nächste Runde noch. Ja, aber du kannst doch nicht mehr verkaufen jetzt. Wenn wir jetzt e-eco machen. Was? Hä? Ja, sag das doch. Haben wir doch. Ja, du hast gesagt. Äh, ein bisschen Abel. Ja, am Anfang. Egal. Hast du keine Wandkehrs? Enco. Hey. Willkommen in meiner Welt. Oh, ne. Jetzt gibt's mal deine Wutchen. Oh, waa. Kommen bitte oder so? Gefunden, sein Robo ist tot. Ist aber noch 2. Ein Gegner übrig. Eine. Eins. Ich stepp im Wasser. Um die Pyramide muss sie sein. Aber jetzt zu spiel. Okay, nein. Alter, oh, die Stadt direkt vor mir. Ja, fertig. Ich hab volle Punkte. Ja, alle haben voll. Oh, Alter. Ich bin einer Ulten, einer Ulten, damit der Punkt zählt. Nein, bloß bitte nicht rollen. Das ist Rang. Boah, ey. Oh, das ist viel schlimmer als jedes Horrorspiel. Ja, geht so. So habe ich mich schon lange nicht mehr erschreckt, ey. Oh, Flo, kaufst du mehr? Mit welchem Geld? Du hast doch genug. Boah. Aus dem Weg. B. Oder? B, ja. Oh, Mann, wie kommt... Oah, die sind alle schon in der Zeit. Soll ich vielleicht gleich zu B rüber, damit ich ne Wand einfach mache? Ja, das... ... wäre, glaub ich, ganz gut. Beide Wand schrätzt er auch. Links, der Eker. Ja, links. Also, wenn die B pushen, ne, dann sind die auch innerhalb von einer Sekunde drauf. Ja, wegen der Wand. Du musst das mit dieser Wand holen. Ja. Ja, die machen die aber auch erst, wenn die rauflaufen. Ja, ich gehe jetzt B und macht da jetzt Baumeister. Aber löscht doch bitte eine Liste. Ja, komm, sag ich, ja. Was spiel ich denn Operator? So, die kommen zum Beispiel auch. Habe ich Lust auf Operator? Ne, ich habe Lust auf Ende. Geschützturm steht. Da waren Steffs, B-B. Fee in der Wand. Moment. Moment. Wenn der zu hinten ist, bin ich am Arsch. Wir sind hinter dir. Hat der abgebrochen? Unbekannt. Nein, hat er nicht. Bin an Juni. Bin durch. Bin durch. Bin durch. Nanoschwan, raus. Lade nach. Gegner bei BK. Komm. Komm. Ach. Letzter Leben der Verbündeten. Schade. Wie wird es wohl diesmal? Sind schon irgendwelche Muster aufgeteilt? So, ich hau ab. Tschüss. Tschö tschüss Soll ich die erstmal ein bisschen snipen lasse und dann eine Wand? Ja Okay Oh dann check ich bis in die Mitte Ah, Viperwand! Oh, die Rayna ist hier irgendwo! Ich finde sie aber nicht! Refrust! Wo ist sie denn? Ah, von Mitte! Von Mitte und hintere Pyramide! Ach so, das ist eine Leuche! Und einer Double Door! Glaube ich! Ah, ne! Das ist der Leben der Verbündeter! Ein Gegner übrig! Do it! Mauer errichtet! Nein! Oh mein Gott, geil! Hier liegt irgendwo ein Operator! Bitte! Unser Held! Ja! Oh! Doch! Alle haben gerade gesehen, was ich schon wusste! Sage, du bist krass drauf! Nein! Ja! Ist der random die Operator? Ich hab's einfach an den Spawn geschossen! Nur kurz gucken! Oh, der macht das da oben! Oh! Oh! In der Mitte! Oh! Anna! Und Stick! Platziere Nanoschwarm! Gefunden! Nanoschwarm raus! Du ist raus! Jetzt noch einmal Richtung B! Ja! Die kommen alle B! Oh! Scheiße! Ihr werdet mal! Das war's! B! Oh! Hehehe! Wurde doch A! Wurde doch A! Komm! Oh! Oh! Scheiße! Ich hab's noch gesungen! Spike in Mitte! Oh! Wir haben den Spike! Oh! 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 Was hat das denn? Was hat das denn? Noch 30 Sekunden! Spike platziert! Fuck! Nimm ne andere Waffe! Nimm ne andere Waffe! Nimm ne andere Waffe! Hmhm! Geblendet! Ah! Er hätte durchziehen müssen! Ja, ich verstehe so ne Taktik nicht! Süßer Tod! Ah! 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 Also dann verschwind halt nicht zwei Smokes, wenn er nicht durchzieht! Ja! Ah! Die Sinfonie des Todes! Keine Bange! Ihr gewöhnt euch dran! Können wir noch? Ne! Oh manno! Ich spare noch! Ich spare noch! Ich spare noch! Ich spare noch! Verlass dich auf mich, Alter! Geschützturm steht! Geschützturm zerstört! Platziere Alarmbot! Ich höre selbst hier! Platziere Nanoschwarm! Ich glaube Mitte! Ja! Mitte, Mitte, Mitte! Ja! Gegner in der Mitte! Ja! Gegner in der Mitte! Scheiße! Okay! Vier Minisens! Robo kommt zurück! Rainer ist wieder voll! Stage is low! Wieso haben die denn? Verründeter! Spike platziert! Boah! Ich lebe noch alle fünf? Ja! Äh, wir hatten... Ich hatte nur ne Piste! Makellos! Nicht sterben! Wenn ihr da Hilfe braucht, einfach fragen! drum fällt weg. Den Über 2 Scheiße Ah ok, übernicht Platziere Nanoschwan Nanoschwan, raus Voll, also Mitte haben sie jetzt komplett Ok, Mitte B wahrscheinlich wieder Ja Oben drin Nice Drei Seelen Noch einen im Tunnel Jemand ist in der Mitte Nehme ihnen die Sicht Laufen weg, Elbow Kommt wieder, ist immer noch Elbow 64 Heilt sich wieder Spike ist Mitte Spike in Mitte Letzter Unbekannt Noch 30 Sekunden Teamate guckt aber auch nicht Mitte Mit Mit Die ist jetzt a-gegangen bestimmt Ja, die ist a-gedash'd Oh 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 Sehr schön So, Pause! Letzte Runde in dieser Hälfte. Geht's aus? Sonst ist es futsch. Brauche Beute. Danke sehr. Kann mir das jemand kaufen? Kannst du uns auch noch eine MP kaufen? Äh, Sand, die ist ne Waffe. Das letzte Runde. Danke. Die oben drin. B, Viperwand. Äh, A, sorry. A. Klettert Hits. Aber sind... Doch, die Viper ist auch hier. Ich war schon noch kurz. Ich weiß nicht, wo der Omen ist. Den habe ich gewollt. Also... Sein Geist. Ah, okay. Der Omen ist hier vorne in Main. Mit zwei anderen. Aus dem Weg! Alles meins! Wir zurück! Die steht jetzt hier vorne bei mir, Klaus. Wie so rechts, wie so rechts? Äh, die ist bei der hinteren vorne. Hier, hier, hier. Sehr gut. Ah, ab dem Staubtier. Schnell einer sterben, schnell einer sterben. Kein Problem. Komm schon, los! Seitenwechsel! Wie ich nie meine Old benutzt habe. Na, na, na. Oh. 25 Schaden habe ich hier gemacht. Ah! Ich habe der Jet 148 gemacht. Hahaha. Der hat abgestaubt. Das kann ich. Ich packe den Bot hinter uns. Echt? Den Spike? Den gebe ich mir. Jam, jam, jam. Spike. Geschützturm steht. Ja. Ich werde ihm das Licht entreißen. Parasit. Nice. Ja, war gut. Bist! Ibi. Bist! Bist! Oben. Wir haben Rücken. Drücker. Und unten, oben, oben, unten. Unten gibt's Siever. Oben? Ja. Jemand ist bei A. Keiner bei A. Keiner eben. Der oben ist, in der unten von Zwarck. die sich uns in den weg wie wollen wir kaufen ja so halb hat noch jemand eine ghost? ich kann ja Barriere attacken Der ist oben in rechts Und? Er ist nahe Gut What? Die Band hat er drüben Er steht jetzt komplett frei Oben in der Mitte ist einer drin Ein Gegner übrig Okay Oh die Wand geht weg Die Wand geht weg Steht man hier? Oh läuft, da im Spawn Oder steht man hier doch? Wie ist das Safety denn? Okay man steht hier nicht Jemand ist bei A Seht mich an Und wisset Dass ich an eurer Seite stehe Die Reinhardt nur eine... Kann ich den Spike-Charge sagen? Eine Dings Nehmen wir jetzt Was will der? Der tut für den Spike haben Achso Nevermind Hätte auch einen Fragen können Ja Ja Pyramide rechte Die Fläche Jo 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 Hinten sind zwei Ich glaub bei der Treppe, oder? Wäsche Wäsche Double Door Double Door Sorry, Alter Double Door ist Mitte gelaufen Bleib ruhig defensiv, ne? Okay Ja Wäsche Von Double Door wieder Bin full Ein Gegner übrig Oh shit Wo ist der Knall? Oh hier ist das Ich hab total verfehlt Jetzt will ich wieder wissen was ich da gemacht hab Wo gehts diesmal hin? Macht einfach was bisher geklappt hat Oh das war 80 nur, okay Drecklich Einen Schaden hab ich ihr gemacht Lol, what? Okay Nicht zu viel nachdenken Das ist meine Aufgabe Wollen wir erst den Omen Trouble machen lassen? Mhm Ah Rechts Ja Übermitteln Jetzt soll ich einfach B gehen, wenn der Operator da macht? Joa Mein Game, verteidigend ist vorn Ah 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 Smoked Lade nach Wir haben es gesehen Ja keine Ahnung was wir jetzt tun wollen Lass mal warten bis ich smocken bin ein Spock Gegner bei B gesichtet Hat den Spike reingelassen Wollen wir doch nochmal rotieren? Ganz schnell Hab den Spike Ja Noch 30 Sekunden Ah Mauer Ich geh wieder nach hinten Oh Oh Unter uns kommt einer Wasser Vorsicht Oh, die ist frei Oh Gott Beide hier Omen Hälfte Ich brauche Alles gut Falle ist Falle ist Er kann nicht Zweite Falle ist Er kann immer noch nicht Das wir das noch gewinnen Ja Cool gemacht Leute Neuer Kampf, neue Taktik Immer am Ball bleiben ja? Ich brauche das Ich brauche das Danke sehr Nein Nein Ich muss kaufen What? Ich hab zu viel Geld Werde ihm gekauft Scheiße Ich nicht Boah das ist nicht der random? Ach ne Der random hat reingefangen Chris war das Ich? Alter ne Naja Fürstet euch Du hast doch Du hast doch Du hast doch Fan gekauft Nee Laut Chat nicht Habe ich nicht Schnell drauf Oder Ja oder da Komm weiter Sie werden Spiken blinden Spike in B Dieses Was ist das? Hier ist eigentlich frei Tunnel 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 Beide Tunnel Beide Tunnel Kann man es mal warte? Pieck nicht Okay Ich war zu gierig Eine rechts Ja Meine Schuld Alle tief durchatmen Eure Herzen schlagen wie wild Lade nach Ich brauche das Jetzt kannst du grüßen Danke sehr Jetzt hab ich aber nicht mehr nach hinten Habst du noch die meisten? Ja alles gut Rechte Pyramide Können auch einfach hier warten Oh warte 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 Wartet mal auf den oben kurz Noch einer Brücke und einer rechte Pyramide Mal warten Smoke weg ist und dann push ich Klingt gut Mit Ult? Neben rechts in der Box Einer Treppe Mitte Pyramide Oh die schleppen tot Boah Zweiter sniper links irgendwo What stirb? Du Alde Schade Wollen wir mal sonst über Mitte auf A? Ja oah das haben wir noch gar nicht gemacht ey Die Leute machen sich über die deutsche Gründlichkeit Lust Ah ihr habt kein Geld Lade nach Ja mit einfach schnellem Lacht nur während ihr mein ganzes Zeug benutzt Ja nur so halb Ich bin auf dem Weg Dass wir nächste Runde noch haben Ich mach da ne Wand und dann können wir einfach schnell drauf Jo Ich bin gut Ich kann da immer durchflashen Oh mein Mann Eko Junge Ich hasse diese Ranks Okay der holt jetzt nicht mehr Freude Man steht Nehle die Sicht Nehme ihnen die Sicht Ja Nice Sehr schön Direkt planten Lade nach Gegner bei A gesichtet 2 steht Und ja Frontline Und oben Gegner bei A gesichtet Fack Ja das kannst du aber auch Ja das kannst du aber auch Oben und unten Ja kann was speeden Ja ok Schön Leute Macht sie fair Da sind noch mehr Da sind die beiden die letzten Ja beide Oho jetzt wird er sozial gespielt Ne ich will ne Waffe Ein Gegner übrig What Oh man Stopp Nein 130 Lade nach Oho Das hat jetzt aber gekostet für sie Ja mein Gott Matchpunkt Schläfert sie ein Na wieso nach dem Grundende sterben Ist richtig Du kriegst ja kein Geld Ach boh jaja das meinst du Ich mein die hatten noch aber Naja Ja So die können sie aber keine Operatung leisten Eigentlich könnten wir wieder straight off war Ja A haben wir mehr Erfolg Bei ähm B ist die Vibe und macht alles Ja Dann kannst du echt flashen Ja Ja Ich mach mal die Kugel Die Hörbox Nach links Nach links Übermüder Ja Und mich Mach Auf Zwei Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Die Jagd beginnt! Nanoschwan raus! War noch zu früh. Gefunden! Ich kling's für dich. Da kann man nix machen. Aber war noch knapp. Ja. Das haben wir jetzt gar kein Geld mehr, ne? Wir kämpfen auf ein neues. Vielleicht tatsächlich mal eine Runde Eko machen? Können wir auch machen, ja. Ich spare noch! Gleich mal Mitte Piper suchen? Ich spare noch! Ich spare noch! Gemeinsam! Ich spare noch! Wir checken's aber auch nicht. Was ist hier oben? Wenn du jetzt... Gut! Piper gibt Decker! Geschützturm steht! Ach, ich stumm! Ah! Ich hab ne Guardian gehabt! Ja, hab ich! Nice! Ein Gegner übrig! Zu weit steht! Platziere Nanoschwan! Platziere Nanoschwan! Platziere Nanoschwan! Der T sieht frei aus! Aus dem Weg! Mitte! Mitte! Huuu! Nice! Angreifer gewinnen! Jeder schnappt sich ein Röhrchen, dann oben sammeln und nicht zwiegen! Ich hab extra keine Punkte, kriegst Flo! Ja! Und ich bin noch nemal als Erster! Vielleicht krieg ich ja trotzdem Leistungsbonus! Boah! 27! Geil! Zum Glück seid ihr vor mir! Fast nen Ubrank bekommen! Boah! 29! Auch nicht schlecht! Bolte! 10! 16! 17! 10!